Das ist schon Wahnsinn. So, also Kupfer kommt sehr dicht raus. Brauchst du ab. Abernte Anlage. Ja, können wir mit arbeiten. Kupfer ist jetzt nicht mal das Problem. Oder? Nein. Mit Kupfer schalte ich dich doch schon wieder zu, ey. Und das Puffert auch schon hier überall rein. Ah, ist doch sehr gut. Der ganze Bus ist am Puffern. Frag mich nur eins, warum hast du denn die Kiste so weit weg von der Anlage gemacht? Weil dort eigentlich mein Parkplatz war. Ah. Du faulest Stück Scheiße. War. Okay, ich mach drei Kange. Springen um. Weil die ganze Strecke bis dahin Puffert ja auch. Und das alles nur in dieser blöde Munition. Warum machst du denn das? Du kannst einfach deinen Arsch hier hochbewegen. Gibt's doch nicht. Du bist doch auf Arsch bewegen, oder? Warum machst du das jetzt weg? Ja, weil das alles Puffert dann. Was Puffert? Ja, der, wenn die Kiste voll ist, dann Puffert das ganze Band. Du weiß nicht. You know? You know? You know what I mean? Du darfst nicht tun lassen. Du darfst nicht tun lassen. Du darfst nicht tun lassen. Einfach so ein bisschen, weil dann, das zieht uns ja die ganze Zeit Kupfer weg. Und auch Stahl da oben. Okay, du hast... Oho! Wo hast du denn den ganzen Stahl her? Hammer nach Koyum. Haben wir den echt so die ganze Zeit gebaut? Mhm. Sehr schlecht, Herr Sprecht. Ja, ja. Krass. Und hier ist auch schon wieder so ein Stahl. Ach, Stahl muss ich ja auch noch bauen, voll vergessen. Muss ja auch noch in den Bus oben rein. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, jetzt können wir das Spiel mal anfangen. Jetzt ist aus meiner Sicht das Early Game zu. Mhm. Beendet. Jetzt können wir bauen, aber jetzt müssten wir diesen scheiß Wald hier wegknallen, weißt du? Mach doch. Mach doch. Mhm. Hättest du das Öl gemacht, was ich vor fünf Stunden schon gesagt hände, hätte man nicht das Flammenbewerber. Immer ich. Aber nee. Aber was? Er muss hier sein komisches Zeug doch machen, ne? Ey, wie viele Steine hier sind. Du meinst, das ist immer so kleine Kleckses, aber jetzt ist das hier so ein riesen Steinhafen. Geil, ne? Verrückt. 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 Und dann hier im Lichtbogenofen haben wir auch schon einen Hochofen. Ah, Ziegelsteine brauchen wir, ne? Ja, ich wollte mich grad drum kümmern, dass ich die Steine zu Ziegelsteinen bau. Und auch teilweise Mauern umbauen, da können wir nicht die Mauern bauen. Das wär doch mal ne Maßnahme. Ziegelsteine. Weil wir müssen unsere komplette Base einmauern. Ja. Mit zwei... Mit zwei... Ähm... Ähm... Dicken... Mauersteinen. Und da knallen uns die Viecher rein. Nein. Schmuster mauerber Stringge. Jo, mach dat ma. Ach, so'n Stückche Kuhpisse ist schon geil. So. Hät mal die Maschine 3. Bringt aber nix. Ich brauch die blauen Fläschchen hier danach. Du Kacke. Geht das jetzt los? Guck mal, die grünen Fläschchen sind voll, ne? Also in nem Kreis. Ja. Die roten kommen nicht hinterher. Rote kommen nämlich hinterher, ne. Ich hab jetzt noch ein paar gehabt im Inventar. Ich hab die ein bisschen nachgefüllt. Die grüne. Aber wir brauchen jetzt noch eine Produktionsteilstätte für die blauen. Mein Freund. Naja, die blauen mach ich hier nicht. Weil die blauen... Kann man die schon zeigen? Ja. Batterie. Grote Schaltkreise. Blauer, filternder Greifer. Ey, oh Junge. Boah, Schwefelzäure. Also das ist... Und Batterie. Jetzt haltet euch fest, Kameraden. Wo ist die Batterie da? Eisenplatte, Kofferplatte, Schwefelzäure. Das heißt, du musst das Öl erstmal machen. Dann musst du aus dem Petroleumanteil nochmal Wasser hinzufügen, um das zu Schwefel zu machen. Dann musst du dieses Schwefel nochmal in deiner anderen Anlage mit Schwefel und Eisen und Wasser dann zu Schwefelzäure bearbeiten. Boah, ich dachte, da ist er... Da ist... Weihnachten. Okay. Da brauchst du Platz. Das haben wir hier nicht. Noch nicht. Wir könnten dann... Auf jeden Fall... Du machst da hier schon Öl. Ich habe mal angefangen zu pumpen, dass die Fässer voll sind. Weißt du? Naja, so ein bisschen. Ja, ja. Hier die kleinen Tankies. Oh, Angriff. Ganz oben links. Oh, das Kupferlager. Kupfer... Du musst mit Munition... Die Rote ist sicher, wenn ich da vorbeigerannt wäre, hätte ich sie mit Kind voller Kinne. Ja, ja. Jetzt kommt es. Ich habe noch vier geschützt. Hör mal, die baue ich am besten da oben alle hin, ne? Ja. Was macht Sinn? Aber noch sind die Aliens easy. Kennen die schwerer? Ja, ja, klar. Die haben drei Stufen. Jede Einheit hat drei Stufen. Erst kommen kleine, dann mittlere, dann große. Und die arbeiten, äh, in Wellen greifen die dann auch an. Was? Naja. Bin ich mal gespannt. Das geht richtig ab. Wenn du da dich nicht richtig vorbereitet hast, knallst. Also die reißen mir die halbe Base weg. Und das steigt halt eben mit der Umweltverschmutzung, die du die auf deren Planeten produzierst. Damit passiert es. Oder wenn du die angreifst, dann werden sie auch stärker. Ah, okay. Sehr guter Broken hier. Ah ja, ist alles schön am Puffern. So. Ruft sich. Ich glaube, da passiert es öfters. Die mache ich mal voll. Oh, jetzt können sie doch nicht mehr. Das war aber nicht. Ah, die spawnen dann einfach wegen dieser... Weil man hier sieht die Verschmutzung halt, ne? Genau. Du kannst ja M drücken. Hast du die Verschmutzung an. Guck mal, M. Guck mal, was da oben alles ist. Oh. Das Radar ist gut am Schaufen. Das sind richtige Nester. Und die Nester werden immer größer und größer und größer. Und irgendwann stellen die so Einheiten ab. Die schicken die dann einfach so richtig in Wellen. Und dann knallen die richtig rein. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Und dein Auto steht hier. Wo ich bin, steht dein Auto, ne? Falls das Sucht irgendwann mal. Ich weiß jetzt nicht, wo meins ist. Ah, das Öl, ne? Beim Öl. Kann sein. Letzte Baustelle. Ich baue da einfach mal, dass das ein bisschen produziert und macht. Kannst du dann nachher wieder... So, ich kümmere mich jetzt um die Ziegelsteine. Dann werde ich immer die Öfen austauschen. Und danach werde ich die Ziegelsteine proliferisiert bauen. Und danach... Ähm... Bauern. Okay. Dell? So. Ja. 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 Ach, Quatsch. Viele werden über diese Pixel-Grafik beckern, aber das... Pumpe, ne? Wenn das Spiel egal ist. Scheißegal, ja. So ein Spiel kannst du gar nicht 3D machen, oder? Doch, es gibt ein ähnliches Spiel. Das ist 3D. Aber... Ist leider nicht fertig. Schade. Ähm. Ähm, 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 ähm. Mein Freund, was brauch ich. Fortress Craft Evolved heißt das. Das ist Faktorio in 3D. Da kannst du... Wie Minecraft 3D-Blöcke kannst du dann auch abbauen. Kannst du auch so Fiesbänder bauen. Kannst das weiterverarbeiten und so weiter. Aber... Irgendwie hinkt das Spiel, weißt du? Wieso? Ich brauch noch Ziegelsteine. Bist du da oben schon am Macher? Dann kann ich was abgreifen. Bei was? Ziegelsteine. Abrenn gar das dran. Ich brauch jetzt nur... Da oben sind noch die Kisten. Wo baue ich denn hin, damit es hier nirgends stört. Kann ich hier hin bauen? Übelst reichen hier. So. Und Ziegelsteine brauchst du Kohle und packen wir uns mal hier ab. Fließband ist wieder ausgegangen, ich bin am Fließband klopfen. Ich bin ein Fließbänder. Machen sich viele Geräusche, Herr Brocken. Wie lange wir am zocken, ich hab nix, ich hab nix, ich hab nix, nicht gefrühstückt, nix. Soll wir ne Pause machen? Ja, ich glaub ich muss gleich mal was essen. Zehn Minuten ist meine Aufnahme durch. Und dann? Haustalbe ab, ne? Ja. Ja, da könnte ich was essen, sonst kann ich keine Tablette mehr holen. Bitte? Ich kann mich keine Tablette mehr holen, wenn ich das nicht esse. Okay? Ja. Also ich muss dann forschen. Beim Kommandier forschen, ne? Modulare Ausrüstung ist der schon am forschen, ey, ey, Junge, Junge, Junge. Ajo! Damit wir geschützt sind. Damit wir mal, ey, ich hab hier noch n Schüppchen in der Hand, weißt du? Wollst du nicht? Wollst du nicht? Wollst du nicht? Wollst du nicht? Wollst du nicht mit mir spielen, richtig? Wirst du mich wieder am beleidigen? Wollst du nicht? Wollst du nicht? Du bist nämlich nur... Abgehackt. Nix hab ich da. Nix hab ich da. Scheiß am Bau, das gibt's doch gar nicht. Jetzt geht er. Da. Was machst du jetzt? Ah, du machst mir jetzt mein Öl. Ja, das ist schön, 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 schön. Wer macht was? Macht mein Öl. Okay. Bei Öl muss man sich viel Platz lassen, das sag ich dir eins. Jetzt reiß ich das Öl auseinander. Okay. Wo krieg ich denn das Wasser her? Muss ich das mit Fässer transportieren oder was? Ganz normale Leitung. Ah, muss ich dann drüber ziehen, scheiße. Okay. Was kann ich noch bauen? Kampf. Flammenwerfer. Brennstoff. Oh. Oh. Gefällt mir jetzt schon. Dass du jetzt wer gefunden hast, zerstören kannst. Sprengstoff. Hab Angst. Will dich auch an, wenn ich dich schwere. Festbrennstoff. Was bauen wir dann da? Petroleum. So Ziegelsteine sind auf dem Weg. Sehr schön. Wird sogar schon ein paar. Hm. 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 mal euch daraus mauern fünf siegescheine gleich ein mauerteil bis der arzt kommt strom sagt strom sagt hälfte auf der strom aufpassen ganz haut er die ohren so bauern dann auch produziert soll man das durch stapel greifen und filtern der stapel greifen filter das ist natürlich heavy was machen sie ich brauche nur bis sie dass das zeug daraus kommt produziert wird für später rohöl rauspumpen pumpernickel oder kann ich mal die größten brennöwen bauen stahl und ziegel ziegel habe ich kauf mir noch stahl und auch ein knallen das war's schon ich hab'n granaten 148 mörder immer noch schrot patronen und mann auch hinten wie sauer Filter ach so hier kommt ja dings was kupfer könnte man ja zu seinen dingern hier runterziehen du hast ja deine lächerlich automatisiert die roten was kupfer angeht weißt du jetzt mal gerade runter hier hast du noch aufnahme ich müsste nämlich mal kurz was essen ja aber ich kann einfach 11 minuten noch quatschen ist ja kein ding was du jetzt ich wollte nur schnell was essen sehr schön aber bei ihnen sind gerade die 20 minuten voll gehe ich mal noch schnell was essen bleibst du dann am pc oder ja ich würde es noch fertig machen und ja alles klar gleich ja bis gleich